So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's West 2. Ich habe doch ausgedehnt, hier von Guy Lester. 2.7. Ich mache definitiv eine von 2.7. Eric. Und zwar. Wir lassen uns erst mal die Knochen am Team. Das ist die Eureka... Ich weiß aber nicht aus. Aber ich fach mich nicht an. Sehr gut hier. So, jetzt werde ich jetzt endlich machen. Ich mache da auch was, jetzt gehen sie dazu. Hopp, hopp. Yeah. 28 Uhr, Mann. Hallo, Mann. Übrig. Okay, ich habe die Bahn abgekoppelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los vor. Kommen Sie zum. Kommen Sie zum. Wut? Wie geht's? Wow. Das ist ja cool aus. Warum hast du nach mir besucht, denn du wusstest, dass ich tot beleidigt? Dachtest du, ich würde dir vergeben? Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht Nicole! Du bist nicht Nicole! Ich bin nicht weg! Nein! Nein! Oh, also... ... ich mache den Muld ganz fertig. Das mit dem du bist lieb. Ich würde er jetzt sehr verfolgen. Ich würde schon fast... Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, ich kann sie mir doch zu. Hör auf mich an, wir starrt mich an. Hör auf! Hören Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord als Asiator. Hey, was ist los? Ich, ich weiß nicht. Etwas muss geschehen, blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Ich habe es wegen der Staatgeberucht. Hallo! globally, glbert. Ich bin glbert. перadelab, glbert, ich bin glbert. Und in dritten und letztem Спасибо. Ich lasse das jetzt zurück. Unsere Crew erfahrt uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellen und ich Juri. Wir lassen es nicht schaffen. Nein, steh auf, Taylor. Nur noch ein paar Meter. Ich will uns hier kommen. Bring uns nicht mal, Juri, lauf weg. Ich will es nicht werden. Nur die. Bist du behindert? Boah, ist das ein Opfer. Komm her. Ja, komm. Ja, ich hab die. Ja, komm. So. Schön, ja. Ich weiss, dass ich hübsch bin. Knopf, knopf. Wer ist denn da? Hopp. Was? Was? Ben, ich hab zu dir. Geh, 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 geh. Hoiii. Ui. Ui. Geh, geht, geht, gut. Du. Du musst gerade ziehen, Jan. Du hörst jetzt gerade zu dir, Jan. Du. 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 Wasp! Wasp! Ui! Das ist so. Ja, ja. Das ist ein Gehirn, der wird auf jeden Fall verraten. Hier kann man die Kühe, die Einberg wird. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Ich bin das Gehirn. Ich bin das Gehirn. Das ist das Gehirn. 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 Das ist ja. Das geht! Die Tür öffnen! Ja, immer schreit man! So, wir haben alles erledigt! Das gefällt mir! Wir haben noch einen relativ nice Status! Und relativ nice! Absolut! Sieht, was er mit dem? Wir haben alles! Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja, doch. So. Speichert durch jetzt nicht. Alles nachgedacht. Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporteur. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstoff Trichlorid. Sie explodieren, wenn Sie zu reich werden. Perfekt. 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 Oh, juli. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vor noch auf Sie. Oh, ich sehe. Er läuft uns noch. Okay, Ellie. So. Sind Sie in der Mitte? Hey, hey, hey. Okay. Hope ich bin. Arke. Okay. Ja. Ist das gut? ... ... ... ... ... Evet, he lebt etwas vor. Ja, ja, ja! Bauer! Weiter, weiter! Ja, wie sieht das aus? Wie ist das? Ja, wie sieht das aus? Stimmen die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als hier. Bedeutender ist das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Vakuum-Vorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, Scheiße. Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell. Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Packen Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Tja, weil du dämlich bist, also. So, an dieser Stelle mache ich den Schnitt. Stross verabschiedet sich. Ellichen verabschiedet sich. Und unser Eierkopf verabschiedet sich. Bis gleich, Leute. Bis gleich.